Ja, ich bin hier in herrlicher Waldluft und da habe ich wieder einen Tipp. Wie schafft man es, dass die Meinung anderer Menschen einem völlig egal ist? Man geht in den Wald, aber das ist nicht die Lösung. Ich stelle mir immer zwei Fragen. Was habe ich von der Meinung anderer Menschen? Und wie denke ich in einem Jahr darüber nach? Typisches Beispiel. Einer sagt, Udo, was du machst, dieses Video hier, das ist scheiße. Was habe ich von dem seiner Antwort? Nichts. Wenn ich darauf eingehe und diskutiere, dann ist er nur Energieverbrauch. Und die Energie, die habe ich hier im Wald. Und wenn ich zu oft darüber nachdenke und diskutiere, dann geht auch Energie in mir füllen. Also sage ich, egal. Und wie denke ich in einem Jahr darüber? Aber da muss ich überlegen, was war da überhaupt? Wer war da überhaupt? Deswegen mein Fazit. Wenn du ein Problem hast, stell dir diese zwei Fragen. Was habe ich von der Meinung und wie denke ich in einem Jahr darüber? Ich bin das, was ich bin der anderen Seite. Auch wenn ich in einem Jahr darübercheide. Ich bin der Ahmet. Und ich bin der Ahmet.